Hi, wie die meisten von euch wahrscheinlich mitbekommen haben, waren wir für eine Woche auf Madeira und in diesem Video verraten wir euch, was uns diese Reise bzw. dieser Urlaub gekostet hat. Fangen wir jetzt allererstes mit der Anreise an und zwar sind wir von Hannover nach Madeira bzw. nach Punta geflogen und wieder zurück und haben dafür 129,98 Euro pro Person bezahlt. Der Preis ist relativ günstig, das liegt daran, dass wir zur Nebensaison geflogen sind und dass ich nur mit Handgepäck gereist bin und Marie halt mit einem Koffer und in dem Koffer haben wir dann halt unsere Sachen zusammen verstaut und zusätzlich dazu mussten wir halt noch unser Auto am Flughafen parken für eine Woche und das hat uns 13 Euro pro Person gekostet. Also das ergibt zusammen für uns beide Anreise- und Abreisekosten in Höhe von 142,98 Euro für diese Woche. Weiter geht's mit den Unterkunftskosten. Insgesamt haben wir sieben Nächte auf Madeira verbracht, hatten wir in der Zeit zwei Unterkünfte. Die ersten vier Nächte waren wir in dem Örtchen Georgindomar und hatten dort eine ganz süße Villa mit Meerblick. Der Ort, in dem wir waren, der war mega, mega schön, da konnte man immer richtig schön am Strand spazieren gehen und es war sehr idyllisch und ruhig dort. Also für jeden, der irgendwie entspannen möchte, ist das der perfekte Ort zum Abschalten. Und danach waren wir noch die letzten drei Nächte direkt in Funja. Dort ist natürlich ein bisschen mehr los, aber ich würde auch nicht sagen, dass in Funja jetzt der Bär steppt. Also ja, war auch sehr, sehr schön. Auf jeden Fall haben wir insgesamt für unsere Unterkünfte 250,52 Euro pro Person bezahlt, was 35,79 Euro pro Person pro Tag sind. Und abschließend würden wir noch sagen, wer uns kennt, weiß, dass 35 Euro oder 36 Euro aufgerundet relativ viel für uns sind pro Tag, pro Person, was Unterkünfte angeht. Wir sind eigentlich immer günstiger unterwegs, aber wir hatten noch Airbnb-Guthaben und die Reise war für uns auch eher mal ein Urlaub als eine richtige Reise. Deswegen haben wir uns vielleicht ein bisschen was gegönnt. Also, falls ihr nicht so viel ausgeben wollt, können wir euch aber auch garantieren, dass ihr auch für 30 Euro für zwei Personen was pro Nacht finden werdet. Weiter geht es mit den Fortbewegungskosten, die wir auf Madeira hatten. Und vorweg, wir würden euch definitiv empfehlen, euch ein Auto für die Zeit auf Madeira zu mieten. Ich bin zu dem Zeitpunkt 25 Jahre alt gewesen und wir haben uns für einen Kleinwagen mit Schaltgetriebe entschieden. Das war auch im Nachhinein eine gute Entscheidung. Also wir hatten gar keine Probleme, jetzt die Berge hochzufahren. Ein Automatikauto wäre, glaube ich, dreimal so teuer gewesen. Und für die Zeit haben wir jetzt, also für die sieben Tage, haben wir insgesamt 65,25 Euro bezahlt. Das ist ein sehr günstiger Preis und wir hatten wirklich alles mit drin. Also Vollkasko, konnten so viele Kilometer fahren, wie wir wollten. Also wirklich komplett alles. Und wir haben unser Auto bei billigermietwagen.de gebucht. Das ist jetzt auch keine Werbung oder so. Also dort finden wir einfach immer generell die günstigsten Preise. Und zu den Kosten kommen jetzt noch Kosten fürs Parken hinzu. Und fürs Parken haben wir 1,50 Euro bezahlt. Das war sehr, sehr viel Geld. Wucherpreise. Nein, aber das waren jetzt einfach nur Kosten, die entstanden sind, wenn wir einkaufen waren. Sonst haben wir nie Geld fürs Parken bezahlt, außer wenn wir jetzt einkaufen waren. Und zusätzlich dazu kommen dann halt noch die Kosten fürs Tanken. Und dafür haben wir insgesamt 71,06 Euro bezahlt. Ich glaube, wir mussten nur zweimal tanken. Also einmal so, keine Ahnung, nach drei, vier Tagen und dann halt, bevor wir das Auto abgegeben haben. Und die Spritpreise, würde ich sagen, die waren fast genauso teuer wie hier in Deutschland. Also pro Person haben wir für die Tage, pro Tag 8,61 Euro für den Mietwagen oder für Fortbewegungskosten ausgegeben. Wir machen jetzt weiter mit den Verpflegungskosten. Wir haben hier einmal Lebensmittel- und Restaurantkosten eingeteilt. Ich fange mal mit den Restaurantkosten an. Also, falls ihr unsere anderen Videos kennt, beziehungsweise uns schon länger kennt, wisst ihr wahrscheinlich, dass wir auf Reisen meistens morgens selber kochen, dann tagsüber unterwegs irgendwo was essen und dann abends wieder selber kochen. Ich muss sagen, diesmal auf der Reise waren wir ziemlich faul. Wir haben jetzt extra eine Airbnb mit Küche genommen, wie immer. Haben aber immer nur morgens zum Frühstück selber gekocht, waren dann mittags essen und meistens abends auch nochmal. Oder wir haben halt nur zwei Mahlzeiten am Tag gegessen. Auf jeden Fall waren wir jeden Tag essen. Und deswegen sind wir auf Restaurantkosten in Höhe von 107,40 Euro pro Person gekommen, was 13,43 Euro pro Person pro Tag sind. Also, das ist für unsere Verhältnisse gar nicht mal so wenig, würde ich behaupten. Das ist relativ teuer. War ja auch eher ein Urlaub für uns. Ja, das stimmt. Und dadurch, dass wir halt auch ab und zu mal selber gekocht haben, also zum Beispiel fürs Frühstück mussten wir einkaufen oder auch Wasser haben wir eingekauft, mussten wir halt, wie gesagt, auch einkaufen gehen. Das hat uns 20,01 Euro pro Person gekostet, was 2,50 Euro pro Person pro Tag sind. Ja, das waren alle unsere Kosten, die wir jetzt auf Madeira hatten. So Kleinigkeiten wie Souvenirs oder so haben wir uns gar nicht gekauft. Oder Wäsche waschen mussten wir auch nicht wirklich. Doch, einmal haben wir Wäsche gewaschen, dann haben wir dann von Simon Waschmittel bekommen, sonst hätten wir es noch selbst kaufen müssen. Also, das wären jetzt vielleicht 1, 2 Euro noch gewesen, die wir dazurechnen hätten müssen. Aber wir haben jetzt die Gesamtkosten einmal aufgeteilt in Gesamtkosten ohne An- und Abreise, weil die An- und Abreise kann ja bei jedem unterschiedlich sein. Das hängt vom Flughafen ab, etc. Und das ergibt jetzt einmal Gesamtkosten ohne Anreise und ohne Abreise in Höhe von 446,83 Euro pro Person, was 55,85 Euro pro Person pro Tag sind. Und jetzt kommen wir zu den Gesamtkosten, also mit Hin- und Rückflug. Und das waren bei uns 589,81 Euro pro Person, was 73,73 Euro pro Person pro Tag sind. Also, obwohl wir gar nicht so sparsam unterwegs waren, finden wir es trotzdem noch ein sehr geringer Preis, finden wir für eine Woche Madeira. Und wie gesagt, es geht noch wesentlich günstiger. Also, man könnte da locker noch so 1, 200 Euro sparen, indem man halt ein bisschen günstiger lebt, günstiger lebt, nicht so oft essen geht, auch ein bisschen Luxus verzichtet. Also, man kann auch mit sehr wenig Geld eine schöne Reise haben. Falls ihr die Vlogs nicht gesehen haben solltet, wir hatten leider ein bisschen Pech mit dem Wetter. Also, fast die ganze Woche hat es geregnet, war übertrieben stürmisch, dementsprechend konnten wir nicht alle Wanderungen machen und so. Aber wir haben festgestellt, uns Madeira super gut gefällt, egal was da jetzt für ein Wetter war. Wir fanden es super schön dort und waren dann halt so ein bisschen enttäuscht, als wir nach Hause geflogen sind, dass wir halt die meisten Wanderungen und alles, was wir uns angucken wollten, so nicht so machen konnten, wie wir uns das vorgestellt haben. Was aber für uns ein Grund ist, dort nochmal hinzufliegen. Und mal gucken, vielleicht machen wir das sogar nächstes Jahr. Wer weiß. Das werdet ihr bald erfahren. Ja, also, falls euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert uns unten kostenlos. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, ab damit in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.